Du bist gerade ganz wütend, das verstehe ich. Du versuchst vielleicht auf diese Art und Weise deinem Kind Empathie zu schenken, wenn es gerade einen Wutausbruch hat und merkst, mein Kind wird noch wütender. Das liegt daran, dass Kinder in diesem Moment oft gar nichts hören wollen. Und sie denken sich vielleicht dann auch, die versteht gar nichts. Das ist so, wie wenn jemand zu dir sagt, das verstehe ich. Und du denkst, nee, die Person kann mich doch gar nicht verstehen. Die hat das selber doch noch gar nicht so erlebt. Deswegen können wir immer nur versuchen, eine Person zu verstehen. Und deswegen hilft auch nonverbale Empathie häufig viel mehr, als eben zu sagen, du bist wütend, das verstehe ich. Es könnte ja sein, dass du so ein Kind hast, das darauf noch aggressiver reagiert. Schreib mir doch gerne in den Kommentaren, wie das bei euch so ist, was deinem Kind hilft, wenn es wütend ist. Passend zur Ferienzeit, die für Eltern ja oft so ein bisschen herausfordernd ist, habe ich einen Wochenplan wunderschön Design für 0 Euro für euch entwickelt. Dieser Wochenplan hilft euch dabei, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben. Du bekommst auch ganz viele Strategien an die Hand, wie ihr euren Alltag bedürfnisorientiert gestalten könnt. Einfach ein Herz in die Kommentare schicken, dann bekommst du den Link für den Download.